Bitcoin bricht weiterhin Rekorde. Die Hashrate der Kryptowährung ist auf einem neuen Allzeithoch. Sie erreicht zum Wochenbeginn den Wert von 742 Exahashes pro Sekunde. Die Hashrate misst die gesamte Rechenleistung des Netzwerkes von Kryptowährungen mit Proof-of-Work-Konsens-Mechanismus. Je höher sie ausfällt, als desto sicherer ist das Bitcoin-Netzwerk. Seit dem vierten Bitcoin-Hauving im April stehen viele Mining-Unternehmen unter hohem finanziellen Druck. Zuletzt sind die Mining-Einnahmen deutlich eingebrochen. Trotz der jüngsten Kursrückgänge vieler Mining-Aktien beträgt ihre Gesamtmarktkapitalisierung weiterhin beachtliche 23,7 Milliarden US-Dollar. Bitcoin steht derzeit bei 56.300 US-Dollar. Ein Kursverlust von 4,5% in den vergangenen 24 Stunden. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.